Musik 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 So liebe YouTube-Freunde, ich frage jetzt nicht oder sage jetzt nicht was machen wir denn. Und wir laufen lieber frei, weil ich da wieder genug für meinen Platz holen. Was soll man sagen, was habe ich jetzt letztes Mal gesagt, Deutz gegen den B-Trag eingetauscht? Was haben wir heute im B-Trag gegen den B-Trag eingetauscht? 1500 gegen 800. Ja, nicht vorliefer. Wir laufen jetzt mit den B-Trag auf. Mit dem vorlieferen, 800 Euro. Da stehe ich noch ein Kleine. Nun freit sich das, aber ich schaffe doch. Ja, nicht vorlieferen. Also manchmal kann man Triggenschäden nicht vermieden. Da ist der Stampe, gefällt ist er da rein geworden. Da ist der Stampe angesägt worden, da liegt der Rest. Und wir sagen, wenn der erste Anfang schlumpft, der schlumpft der letzte auch, wäre der Baum noch kurz gefällt worden. Hinter diesen zwei Ahornen. Man sieht es vielleicht, dass die so schlechte sind. Da rein, da wird die Krone da hängen gelegen. Dann würde es einigermaßen Fischgräterartig gelegen. Dann hätte man zwar da ein paar Mal durch die Krone durch oder hätte die mitgezogen, aber da hätte es genug Platz gegeben. Ich hätte unter Umständen noch einen Stammfußauto hintergehen können, wenn es auch wie es ist. Aber dann hätte es da rumgedreht und hätte eventuell auch noch gesträuft. In den Aachen. In den Aachen. Ja. In den Aachen. Ja. Wetter. Im Winter schön Wetter. Wetter. Wenn sich wieder Aprilwetter. Sonnenschein, Regen, Sonnenschein, Wind. So, jetzt laufe ich mal ein bisschen auf. Ich habe da noch eine, da liegt noch eine, da haben sie ein zweiter rausgemacht. Da gucke ich ob ich die zusammen aufbringe. Da liegt noch eine Brückele. Und dann kommt von hinten her rein, von so her kommt der Riggengas. Du hört aber, wie man sieht, da an der rote Posten, da hört die etwa auf. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ne halt, hört wieder drüber auf, etwa. Die hört wieder drüber auf. Da wo die Buche gehört. Ja. Wenn wir mal ein Vorfeld frei machen von der anderen Seite her, da muss man da reinfahren. Genau. Das ist wie der Laufenden gesagt. Das ist wie der Laufenden gesagt. Da blüth�se, auf der Knochen gut Além. Das ist wie der Laufenden gesagt. Das ist wie der Laufenden soll, also die Buche. Und dann kommt das wieder auf. Blüthens, das ist wie der Laufenden Staat. Das ist die Laufenden Lieberin. Also ist der Laufenden wie der Laufenden, So, 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 Teemburg, Stern und Stern, im B-Trag und im B-Trag. Sollte es ein bisschen wackler oder nicht genau in der Mitte vom Bild sein, ich guck Ich habe es hier noch mal im Holz, die du in die Zwischenzeiten auszieht. So, jetzt muss ich erst wieder laufen. Wie sagt man so schön, Thienburg, einer bringt es, der andere haben es weg. Sollte es weg? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017